Hallo all of my love! Hallo Leute! Heute habe ich mal Lust Lachsgarnele mit Salat und Reis zu kochen und essen Ich hab einfach Lust Leute, zeig euch mal Hier habe ich 4 Stück Lachs Hier habe ich Garnelen Salat werde ich noch machen Radieschen Lachs easy gemacht Salz und Pfeffer Garnelen auch Salz und Pfeffer So Leute Jetzt habe ich hier Salat vorbereitet und hier habe ich Salatsoße gemixt Geheimsoße Schmeckt sehr lecker Ich bereite Hier alles vorbereitet Jetzt muss ich nur noch braten Leute Also ich koche heute für meinen Super Big Fan Super Big Fan ist zusammen mit mir Leute Die Salatsoße Mix ich mal weiter Muss sein Nun mache ich mal die Pfanne heiß mit Öl Leute So die Pfanne ist heiß Jetzt tue ich mal Knoblauch rein damit das Öl nach schön nach Knoblauch riecht weiter So rühre ein bisschen bis das Öl schon schön nach Knoblauch riecht Jetzt tue es mal Fisch rein So die Pfanne Die Pfanne muss drauf sein Zwei 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 So, die Haut sieht sehr, sehr gut aus, Leute, ja, hier mein Reis ist auch schon fertig, mein Reiskocher, automatisch nicht kochen, auch nicht schlecht, Leute, nun brate ich mal die Garnelen mit, ja. So, die Garnelen sind aufkommen, die Garnelen sind jetzt schnell, Leute, ne, deswegen selbst noch frisch und erst danach Garnelen reintun, ja. So, Leute, die Garnelen sind so schnell fertig geworden, ja, daher ganz schnell Garnelen fertig, ne. So, Leute, das Essen habe ich ja vorbereitet, die Garnelen ja früh fertig, ja, so sieht man aus, jetzt sind die Lachs auch fertig, also nur noch vorbereiten, zubereiten, meine ich, nur noch schön dekorieren. Voila, Leute, jetzt habe ich es fertig vorbereitet für meinen Super, Super Big Fan. So, hoffentlich schmeckt mein Big Fan das auch, okay. So sieht aus, Leute, bon Appetit, magma na, und lädt euer, eines Tag, euer Big Fan auch mal ein zum Essen, ja. See you later, alle Gädel, bye bye. Jetzt gehe ich mal den Nieren, paar Flasche Wein aufmachen, ja. Bye bye, see you later, alle Gädel, bye bye.